Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Willems und ich freue mich, dass du dir mein Video anschaust. In diesem Video geht es in einer dreiteiligen Videoserie sogar um lustige Geschichten, um Schreiben, die Versicherte ihrem Versicherungsunternehmen geschrieben haben und tatsächlich der Meinung waren, dass sie hieraus Ansprüche ableiten konnten oder einfach nur witzig drauf waren. Und naja, die Top 5 für dieses Video erhältst du jetzt hier und sofort. Und ich freue mich, wenn du auch so viel Spaß hast wie ich. Ich komme jetzt schon kaum aus dem Lachen raus. Ja, und zwar hat hier zum Beispiel ein Versicherter an seine Versicherung geschrieben, der Fußgänger hatte anscheinend überhaupt gar keine Ahnung, in welche Richtung er gehen sollte und so überfuhr ich ihn. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, der Fußgänger war jetzt irgendwie losgelöst von allen Orientierungssinnen da unterwegs. Hat halt Pech gehabt, habe ich ihn halt überfahren. Okay. Oder ein anderer schreibt hier zum Beispiel, das Auto kollidierte mit dem meinigen, ohne mir vorher seine Absicht mitzuteilen. Hätte er mir vorher gesagt, dass er mit mir kollidieren will, wäre ich natürlich auf Seite gefahren. Auch ganz, ganz witzig. Oder hier schreibt einer zum Beispiel, ich hatte den ganzen Tag Pflanzen eingekauft. Als ich die Kreuzung erreichte, wuchs plötzlich ein Busch in meinem Blickfeld und ich konnte das andere Fahrzeug schlicht und ergreifend nicht mehr sehen. Naja, was will man da machen? Wenn der Busch auf einmal so von der Seite auf die Straße wächst, dann kann man ja nur noch gegen das andere Auto fahren. Das waren jetzt schon mal vier. Und ja, oder hier ein anderer. Ganz, ganz toll. Also das kann man sich merken, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, zu schnell auf der Autobahn unterwegs ist. Ja, hier hat einer geschrieben, naja, in meinem Auto ist eine Biene geflogen. Also sie ist mir durchs Fenster irgendwie ins Auto reingeflogen. Und ich bin deshalb so schnell gefahren, um durch den Luftzug die Biene aus meinem Auto zu kriegen. Ja, also ich muss so schnell fahren, damit ich aus dem Fensterspalt quasi einen Unterdruck erzeuge, damit die Biene da rausfliegt. Und ich glaube, da muss man schon sehr, sehr schnell fahren, damit auch das wirklich funktioniert. Das waren die ersten fünf lustigen Geschichten, die Versicherte an ihre Versicherung geschrieben haben. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann abonniere bitte jetzt unbedingt den Kanal, damit du den zweiten und dritten Teil aus dieser Serie unbedingt mitbekommst, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wann der veröffentlicht werden wird. Also bitte jetzt abonnieren. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest auch viel Spaß. Herzliche Grüße, dein Ralf Willims. Vielen Dank, dass du dir mein Video angeschaut hast. Gib dem Video bitte jetzt einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und abonniere den Kanal, damit du weitere wichtige Informationen rund um das Thema private Krankenversicherung erhältst. Unterhalb dieses Videos hast du die Möglichkeit, das Video zu kommentieren. Hier kannst du Änderungshinweise oder Ergänzungen oder vielleicht auch eigene persönliche Erfahrungen hinzufügen. Wenn du selbst privat krankenversichert bist, dann gib dir jetzt die Chance, von meinem Know-how zu profitieren. In neun von zehn Fällen können wir nachhaltige Verbesserungen vorschlagen und auch umsetzen. Unterhalb dieses Videos findest du Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, um vollkommen risikolos und unverbindlich zu prüfen, ob wir auch bei deinem Krankenversicherungsvertrag deutliche Einsparungen realisieren können. Ich freue mich auf dich. Herzliche Grüße, dein Ralf Willims. Herzliche Grüße, dein Ralf Willims.